Alles klar, Zeit eingeben und Start drücken. Ich sag es dann, wenn die Zeit um ist. Null Stunden, eine Minute. Null Stunden, null Minuten. Null Stunden, zehn Minuten. Null Stunden, zehn Minuten. Eine, zwei Stunden, zehn Minuten. Eine Stunde, zehn Minuten. Null Stunden, zehn Minuten. Null Stunden, null Minuten. Null Stunden, eine Minute. Aufgemerkt. Der Arzt untersucht den Patienten. Er horcht, drückt, fühlt und fragt plötzlich den Patienten. Sagen sie, rauchen sie darauf, der Patient? Wieso? Qualmt es irgendwo raus? Der Countdown ist auf. Eine Minute eingestellt. Und los geht's. Die Zeit läuft. Noch haben wir ein bisschen was Zeit. Finger weg, von dieser Taste. Wenn du die Zeiten ändern willst, musst du erst die Stopp-Taste drücken. Die, diese Taste hat jetzt keine Funktion. Der Countdown läuft doch schon. Fertig. Die Zeit ist abgelaufen. Die Zeit ist abgelaufen.